Der Gegner hat es ordentlich gemacht, hat uns clever ausgekontert am Ende. Aber am Ende müssen wir sagen, wenn wir unsere Torchchancen nutzen, dann verlieren wir so ein Spiel auch nicht. Die Mannschaften fährt zueinander, also ein Glückwunsch nach Ahrensfelde an Olli Richter zu den drei Punkten. Es ist sehr, sehr ärgerlich für uns, gerade auch die Verletzung von Moritz Fedder jetzt.